Hallo, willkommen zurück zu meinem Display Tutorial. Ja, wir haben jetzt die Version 1.2.3. Ich habe geupgradet und ja, es gibt einen neuen Stein und zwar die Redstone Lampe. Und die ersetzt uns hier eigentlich komplett den Laser Mod, den ich letztes Mal schon vorgestellt habe. Also was heißt vorgestellt, ich habe ihn hier integriert. Und naja, ersetzt er uns, denn wir können jetzt hier ein Display bauen ohne den Mod, nicht wahr? So, und das Ganze funktioniert total gleich. Wenn jetzt jemand noch ein Texture Pack hat, das diesen Stein hier noch besser zur Geltung bringt, weil ich finde irgendwie der Unterschied zwischen dem und dem ist noch zu wenig. Ähm, deswegen, naja, egal. Naja, letztes Mal war ich etwas, weiß ich nicht, körperlich kaputt, deswegen konnte ich nicht so viel reden, wie auch immer. Ähm, okay. Und jetzt habe ich hier noch etwas. Und das ist das hier. Ähm, ich werde das hier jetzt nochmal richtig machen. Wir haben ja letztes Mal den, ähm, was haben wir eigentlich gemacht letztes Mal, ne? Wir haben, wir haben, ja, was haben wir denn gemacht, was? Ah ja, das Reset, genau. So, und da habe ich eine ganz unnütze Konstruktion gebaut. Denn ich habe das so gebaut, dass es ein Kreislauf ist und das sollte es nicht sein. Never, ever. Nope. 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 No, 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 no. Ähm, natürlich können wir das jetzt so lassen. Also wir können es wirklich so lassen. Ähm, ich glaube, ich werde es auch lassen. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist timen. Das ist das Erste, was wir machen. Und zwar, wir gehen jedes einzelne Gate hier durch. Jedes Einzelne und schauen, ob das Signal ankommt und ob es das Einzige ist, das ankommt. Ja. Das ist mal wichtig. Wir fangen hier bei der Eins an. Nein, bei der Null. Die Null müsste irgendwo in der Mitte sein. Oder auch nicht, nicht wahr? Eben, dann heißt das, dass das Signal zu langsam ist. Nein, zu schnell, meinte ich. Die Null ist hier. Die geht hier lang. Wir müssen dann einfach nur die Repeater verlängern, die nach dem hier kommen. Das ist etwas schwer. Da hier, ne? Und so. Aber es geht. Wir machen hier einfach weg und hängen hier den Repeater dran. Zack. Und jetzt schauen wir, ob es funktioniert. Null. Kommt dort hinten ein Signal. Immer noch nicht. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Mal schauen, was passiert, wenn wir die Null drücken. Oh, das ruckelt halt hier. Hm. Hat es jemand gesehen? Ich habe es nicht mitbekommen. Naja, müssen wir halt hier nochmal. Ne? Ne, das geht nicht. Die einzige Möglichkeit, die ich jetzt sehe, ist die hier. Zack. 1 zu 3. 1 zu 3. 1 zu 3. Let's have a look. Null. So. Kommt ein Signal. Perfekt. Ein Signal ist da. Geil. So, wir drücken die 1. Wir müssen das jetzt leider mit jedem machen, ne? Sonst funktioniert das am Ende nicht. 1. Die müsste funktionieren. Nein. Toll. Gut. Ähm. Die 1. Wo ist die 1? Die 1 ist hier. Wo geht sie hoch? Hier. Das heißt, da müssen wir was. 1 zu 3. Zack. Jetzt könnte es funktionieren. 1. Ist ein Signal da? Es war da. Es war da. Ich hab's gesehen. Es war dort. Ja. Okay. Dann müssen wir noch 1 gleich mal machen. Wo ist die 1? 1. Here you are. Hallo. Gut. Dann machen wir das so. Dann ist diese Leitung nicht unnötig. Und. Jau. Nein. Das war von dem Video geklaut. Ähm. Ja. Hier haben wir ein Signal. Und kein anderes Signal. Das ist wichtig. So. Lasst es uns weiter probieren. 2. Ach. Wir sind erst bei 2. Und. Kommt bei 2 ein Signal? Jetzt haben wir 2 Signale. Das darf auf keinen Fall passieren. Wir suchen. Wir suchen denn 2 Signale. 1. 1. 2. 2. 1. 2. So, da wir jetzt schon zweimal zwei Repeater benutzt haben, werde ich jetzt auch gleich zwei hinpacken. Zwei Repeater. Hui! Ein Signal. Jetzt müsste das hier kommen. Die restlichen zwei habe ich schon geprüft. Vorhin mal aus Spaß, als ich da die, ne? Und so. Aber wir werden trotzdem weitermachen. Drei. Kommt ein Signal. Nein. Das heißt, hier müssen wir auch noch eins dran hängen. So. Three. Hui! Signal, Signal. Gut, dann die vier. Ah, dieses Ruckeln nervt. Vier. Ah, da war es zu kurz. Das heißt, wir hängen hier einen Repeater dran. Gut, dann habe ich das letzte Signal noch geprüft. Ich sehe hier zwei. Und es bleibt. Geil! Die fünf habe ich geprüft. Die fünf habe ich geprüft. Die dürfte funktionieren. Perfekt. Gut, die sechs prüfen wir jetzt noch. Das ist ein Signal da. Das war jetzt die letzten drei noch. Sieben, acht, ne? Sieben. 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 Und... Ja! Jo! Perfekt. Acht. Acht. Perfekt. Perfekt. Da funktioniert es tadellos. Ja, dann haben wir es schon mal geprüft. Das heißt, jedes Signal funktioniert jetzt auch. Ähm, ne? Wir verbinden hier einfach die Signalleiter mit dem hier. Aber um dies zu bauen, brauchen wir erst mal das Display. So, ähm, das heißt, wir werden, ähm, jetzt erst mal die Leiterbahn legen, einen gewissen Grad. Und in der nächsten Folge, das wird jetzt hier eine kleine Folge, wie man sicher schon merkt, ähm, ich kann leider nicht Tag machen, aber das heißt, ich muss schlafen gehen, weil ich noch kein Too Many Items habe. So, aber das ist nicht das Problem. Ähm, das wird eine kurze Folge werden, ähm, ja, weil wir einfach nur prüfen. Und, ähm, in der nächsten Folge geht es dann mit dem Display weiter. Die werde ich jetzt gleich auch aufnehmen, aber, ähm, sie wird dann erst zwei Tage später hochgeladen, ne? Scheiße, jetzt brauche ich Gras. Was sieht das für eine Scheiße aus? Zack. Ja, ihr könntet jetzt schon etwas weniger sehen als ich, ne? Ich weiß das nicht. Ich habe meinen Bildschirm zwar auch auf eher dunkel gestellt, weil mir sonst die Augen wehtun, aber, ne, und so halt. Jaja. So. Oh, ein Schwarz. Was soll das? Ein schwarzes Schaf. So, gute Nacht. Hui. Hui. Tschüss. Komm, auf und komm, mach einen Abflug. Auf und komm. So, es ist gut, dass wir das Signal hier schon mal haben. Boah, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange ich an meinem ersten Prototyp gesessen habe. Ich glaube, sechs Stunden hatte ich daran gearbeitet. An Weihnachten, übrigens. Also, äh, nicht Weihnachten. Silvester war das für mich, oder? Oh, ich weiß es nicht. Oh, scheiße. Nein. Ich weiß es gar nicht. Doch, ich glaube, das war an dem Tag, als ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin. Das war, glaube ich, am 23.12. Da sie das Video auch gucken wird, ne? Ähm. Kann sie stolz auf mich sein, ne? Nein, Scherz. Ähm. Ja, dann erstmal Tschüss und bis im nächsten Part von dem Redstone-Display und bleibt dran. Tschüss.